Junge, was geht heute in deinem Kopf ab? Oder was funktioniert bei dir nicht richtig, dass du den ganzen Tag nur failst? Fing schon heute Morgen an. Na egal, ich höre damit auf. Ihr wollt gar nicht wissen, was los war. Man denkt echt, ich hätte heute Morgen meinen Kopf verloren oder irgendwie sowas in die Richtung. Die find die Steinhaen ganz lustig, aber irgendwie aufgehindert. Na ja, man muss mal sehen. Ich werd noch nicht schlafen. ähm mm schrubbididibi-hurrubbididi-lo Bauernhinik habe na kun oh so weil nicht mitnehmen. Ah, äh, Schwerter sollte ich vielleicht mitnehmen. Mein Bogen vielleicht auch. Is that grilled? Yes, this is grilled. How much hole do we then? Do me somebody says this. So. Was machen wir denn jetzt? Ähm, ähm, ich hatte doch eben Holz, ja, hier. Eh? You put it on this? Put it this in and put, äh, free of this da in. They're not fake, fakey. Hm, ich schlafe doch nicht mal ne Runde. Hm, 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 hm. Ich wollte doch gar nicht schlafen. Ähm. Ja, das seht ihr jetzt hier mal gar nicht. Mann. Hallo. Guten Morgen, das ist ja fröhlich, ihr Mensch. Oh, halte. Ähm. Ähm, mir ist gerade die Aufnahme abgeschmackt, warum auch immer. Ähm, ja. Ich werd mal ganz... Ich hab hier nur kurz das Steak aus dem Ofen geholt, also mehr ist jetzt nicht passiert, aber... ... Oh, was schmiert denn die Aufnahme ab? Naja. Merkmötig. Ähm, ich werd das jetzt gedungel werden lassen, damit ich euch erst mal meine Mops zeigen können. Also, ähm, Tiere hab ich nicht großartig verändert, dafür die Monster. Achso, ähm, doch, einen hab ich verändert, nämlich den Wolf. Wie sieht schon, der sieht so ein bisschen wie Link aus. Ich fand das cool, also Link mit Bogen. Ich find das passt zu Skin, also zu Bogenschützen. Oh, und ich habe einen NPC-Dorf gefunden. Also, wir haben einen NPC-Dorf gefunden. Ähm. Ähm. Ähm, ich hab einfach mal als Text zu pick, den hier als Skin reingeholt. Also, als Charme-Bild. Und, ähm, als Gegner hab ich diese, ähm, Zombies, hab ich mir, ähm, einen schlafen Assassin-Skill für Zombies eingetragen. Die Idee fand ich ganz witzig, aber ich kann ja mal gucken, wie sie ankommen. Also, ich hab einiges irgendwie ganz lustig hingekriegt. Auch diese Spindel, die sehen sind... Ich weiß nicht, ob ich das hier oben beschreiben soll. Ja, zack. Oh, wir sind schon Level 4. Upsch. Feiny. Und wir haben ein Lava-Ding. Ich muss hier aufschlafen. Boah, alter. Boah. Er ist schon wieder ein böse Assassin. Ein Assassin der Bösen-Sorte. Oh. Link! Wo ist Link? Da ist Link! Link, du musst sterben! Stimmt. 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 Ich bin Ex-Jun. Und bist denn meine Feinde, du bist ja nicht von die Borgia. Von die Borgia veräldet. Ja, du bist von Borgia-Familien. Und damit meine ich nicht die Borgia, die jetzt gelaufen sind. Ja, es war eigentlich die gleiche Familie, aber die Borgias von Assassin's Creed auf jeden Fall. Okay, NPC dürfen wir mit Jaxxion Packet verschissen aus. Muss ich ganz ehrlich zugeben. Also, durch das Jaxxion Packet. Steil! Steil! Oh, Jesus! Stop! Bösen Links mit Bögen überwacht! Ah, stirb Link! Link! Du musst mich niemals pflegen! Stirb Link! Ah, wie viele Hits brauchen denn für die... 4 Hits und da einen hab ich gekrittert. Hände. Oh, ich hab schon wieder nicht voll genug. Hm, das ist ein gar nicht mehr schlecht aussehen. Doch. Find ich jetzt. Also... Sonst hab ich immer nur Behinderte davon gefunden. Wenn ich ganz ehrlich bin. Klingt gar nicht mal so schlecht aus hier. Auch mit den Steinen. Hö, ich find immer noch, du hast ne fette Nase. Okay. Wir werden die das jetzt hier doch nicht ausrauben. Oder vielleicht doch. Och, hier ist keine Kirche. Ich mag die Kirchen von den Typen. Die sind... Die sind richtig cool. Hm, soll ich das NPC-Lauf aussehen? Hä? NPC-Lauf. LOL. Okay, das NPC-Lauf ist anscheinend etwas verunglückt. Also, verunglückt gebaut. So wie ich das jetzt sehe. Ist so mein erster Eindruck. Da sind wir gekommen. Ich glaub ich hab nicht verlaufen. Nö, von da sind wir überhaupt nicht gekommen. Hier die Schmiede. Ja, stopp. Die Platte. Guck, ich geh'n beides um. Hallo und herzlich willkommen zu Spaghetti! Nein, äh, zu Let's Play Minecraft. Leider nicht zu Spaghetti. Spaghetti hätte ich zwar jetzt auch gerne, aber... Trotzdem, was sollen wir machen? Wir waren hier stehen geblieben bei den NPC-Menschen. Und ich muss endlich mal weitermachen mit, ähm, Uploaden. Fällt mir grad ein. Weil, ähm, ich sollte es vielleicht mal hinkriegen... Mein Sound ist zu laut. Entschuldige. Oh, das hab ich immer nicht verändert, die Texturen hier. Hm, scheiße. Ah ja, ähm... What... What the hell? What the fuck? What the fuck? Please, let me. Let me. Let me. Please, Spider. Spider. Please. Homie. Bro, bro. Da können wir... Na toll, jetzt sind die Teile gespannt. Hm. Ich wenigstens, das ist ein Steak. Ein Steak. Steak, der vergelt. Geld hoch. Ah! Ein Zyklopenhuhn. Hast du denn aufgewachsen? Ein Zyklopenhuhn ist toll oder was? Ja, ich geb zu dir bar nix. Egal. Unsere Assassinen, äh... Gegner... mögen uns immer noch nicht. Ähm, ähm, ähm... Hä? Hä? Pigman? Ähm, Pigman? Äh, Leute, ich weiß jetzt nicht, was hier abgeht. Äh, ich weiß nicht. Es ist kein Mob... Mord und gar nicht. Woah! What the hell? Hä? Was geht ab? Ähm, ja, es sieht so aus, als hätten wir für immer unser Zeug fallen auf. Weil ich hab komplett verpeilt, wo das NPC noch war. Und, ähm, ich hab jetzt ehrlich gesagt keinen Plan, warum da Pigman kam. Warum sind hier so Pigman und warum gehen dann zehn Stück auf mich? Das ist... das ist unfair. Scheiß Teamplay. Aber das ist doch hier ein Singleplayer. Und lol nennen sie es immer Teamplay. Da darf man nicht rumgrachen. Die sind schon wieder so... Warum? Warum spawnen hier Pigman? Ich mein, die verbrennen ja auch nicht. Das ist ja mal voll für'n Arsch. Das ist ja mal voll für'n Arsch.